Wenn ich einen Moment einfangen möchte, sind Stille und Konzentration alles, was ich brauche, um genau die richtige Sicht zu finden. Aber das ist nicht alles, was ich zum Fotografieren benötige. Es ist wie beim Sport. Man wartet auf diesen perfekten Moment, um alles zu geben mit dem Ziel, welches man sich selbst gesetzt hat. Oder auf das perfekte Bild. Als junger Mann war ich Parcours-Trainer in meiner Heimatstadt und liebte es, die Kids zu trainieren. Es war nicht immer ganz einfach, den Kleinen ihre Fehler zu erklären. Also Filmtease. Und es hat funktioniert. Ich mochte, was ich mit nur einem Film erreichen konnte und begann mehr Interesse am Filmemachen zu entwickeln. Ich kaufte also meine erste professionelle Kamera. Eine Panasonic Lumix GH4. Inspiriert von der Filmreise wollte ich mehr. Ich wollte die Welt bereisen. Neue Länder sehen. Neue Kulturen erleben und neue Menschen kennenlernen. Ich erweiterte mein Wissen über das Filmemachen und wollte ein besserer, leistungsfähigerer Künstler werden, indem ich mein Equipment nutzte und das Beste rausholte. Eines Tages wurde mir klar, dass sich meine Sicht auf die Welt ändern sollte und beendete meine Karriere als Bankkaufmann. Ich hatte also meinen Lebensweg geändert und angefangen Film zu studieren. 2016 gründete ich mit meinen Freunden die Firma Escape Filmproduktion. Die Kamera läuft. Und bitte. Mein Beruf brachte mich ganz natürlich dazu, mich anzupassen und somit auch Fotos zu machen. Ich dachte, ich müsste meine Ausstattung entsprechend anpassen, aber da lag ich falsch. Meine gut ausgestattete Lumix GH5, die ich bisher nur zum Film verwendet habe, wurde schnell zu meinem neuen Weg begleitert. Auch zum Fotografieren. Heutzutage besitze ich eine Lumix S1H, eine leistungsfähige Videokamera, die auch professionelle Bilder liefert, indem man ganz einfach den Modus wechselt. Durch die Vielseitigkeit der Lumix wurde mir erneut klar, wie meine Kreativität wachsen konnte. Vom Filmemachen zur Fotografie und zurück habe ich vor vielen Jahren mit Lumix begonnen. Und obwohl ich im Laufe der Jahre meinen Stil und meine Anforderungen änderte, enttäuschte mich die Lumix nie. Sie hält immer das, was sie verspricht und liefert damals, so wie auch heute, Qualität auf den neuesten Stand der Technik. Also warum zwischen zwei Funktionen wählen, wenn man sie beide haben kann? Mein Name ist Chris Küper. Ich bin Filmemacher und Fotograf.